Farberneuerung Wir hatten insgesamt 50 Farben in unserem Sortiment, das heißt wir hatten 4 Farbfamilien, jeweils 10 Stammfarben und 2 Inkolorfamilien, jeweils 5 Stammfarben und 2 Inkolorfamilien, jeweils 5 Stammfarben. Das heißt insgesamt 50. Mit dem neuen Katalog werden wir insgesamt 53 Farben haben, die sich auch wieder aufteilen in 2 Farbfamilien Inkolor, je 5 Farben, in 10 immer noch die gleichen 4 Farbfamilien A10 Stammfarben plus 3 Basisfarben, die sind aus den Neutralfarben rausgenommen worden, erkläre ich euch sofort. Musik 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 Die auslaufenden In-Color-Farben 2016 bis 2018, das ist Jeansblaus, Maragdgrün, Flamingo-Rot, Pfirsichpur und zarte Pflaume. Die gehen ganz regulär raus, das ist keine Überraschung. Und das hier sind die 13 Stammfarben, die rausgenommen werden. Aus den Neutralfarben verlässt uns Schokobraun, aus den Signalfarben Mandarinen, Orange und Türkis, aus den Pastellfarben Ozeanblau, Zartrosa, Himmelblau, Wasabi-Grün und Blauregen und aus den Prachtfarben Grün-Braun, Auberginen, Petrol, Pflaumenblau und Rosenrot. Es gibt 5 neue In-Color. Die werden sein Kussrot, Grapefruit, Ananas, Kleegrün und Blaubeere. Und es wird 10 neue Stammfarben geben. In den Neutralfarben Melo-Rot und Granit. Das ist ein Grauton. In den Signalfarben Mango-Gelb, grüner Apfel, sieht super aus übrigens. Und Amethyst. In den Pastellfarben Blütenrosa, Lindgrün, Babyblau, was eine Nuance dunkler ist als das Himmelblau, was rausgegangen ist. Und Heideblüte und in den Prachtfarben kommt Tanngrün dazu. Die Wiederkehrer aus den vergangenen In-Color-Farben ist einmal Waldmoos, das wird eingeordnet in die Neutralfarben. Dann Blutorange, Flamingo-Rot aus den letzten In-Color, die jetzt rausgehen. Und Jade. Die werden zugeordnet zu den Signalfarben. Dann haben wir innerhalb der Pastellfarben, kommt Minz-Macrone wieder. Sehr schöne Farbe und ich weiß, ganz, ganz viele werden da sehr begeistert drüber sein. Und da ist sie, meine Brombeermousse. In den Prachtfarben wird sie eingeordnet. Hier haben wir nochmal die Übersicht der neu sortierten Farbkollektionen. Neu sortiert deswegen, weil wir eben die 10 Stammfarben haben, die in die jeweilige Farbfamilie reingehen. Und auch die 6 wiederkehrenden In-Color-Farben, die auch in die Farbfamilien einsortiert werden. Jetzt sieht man, achso, eine Sache habe ich noch vergessen. Basisfarben, das ist quasi jetzt eine neue Farbfamilie hinzugekommen. Allerdings mit Farben, die wir alle kennen. Flüster, Weiß, Vanille, Pur und Schwarz. Das ist jetzt die Farbfamilie Basisfarben. Das hier ist jetzt eine Farbübersicht. Diese Blätter, die ich euch gerade vorgestellt habe, findet ihr auch als Flyer auf meiner Homepage. Da könnt ihr euch das nochmal in Summe auch angucken. Den direkten Link dazu verlinke ich euch hier unten in der Infobox. Ein Klick und dann seid ihr genau da. Und ich sag mal, das hier ist ein Ausdruck. Und beim Ausdruck werden die Farben immer ein wenig verfälscht. Und deswegen hat Stampin' Up uns beim Onstage etwas ganz Hervorragendes zur Verfügung gestellt. Ich habe den jetzt schon auseinandergenommen. Wir haben von Stampin' Up einen Color Coach bekommen. Da sind alle Farben drin. Das war mit so einer Schraube hier zusammengehalten. Ich habe es jetzt erstmal auseinandergebaut, um euch das zu zeigen. Das hier sind die neuen In-Color Farben. Damit man es mal ein bisschen besser sehen kann. Das ist die neue Farbe Kussrot. Dann haben wir Grapefruit. Wir haben Ananas. Das ist so ein schöner, quietschiger Gelbton. Wir haben Kleegrün. Und wir haben Blaubeere. Das sind die fünf neuen In-Color. Und sieh das nicht, das ist so ein schöner Regenbogen. Finde ich total klasse. Das sind die neuen In-Color 2018 bis 2020. Dazu wird es, wie wir das kennen, natürlich Stempelkissen geben. Es wird Ride Marker geben. Es wird Band geben. Es wird Papier geben. Alles, was wir so von den In-Color kennen. Im In-Color-Coach drin sind natürlich auch die alten In-Color-Farben, jetzt alten In-Color-Farben. Nämlich die In-Color 2017 bis 2019. Die kennt ihr. Puderosa, Limette, Meeresgrün, Sommerbeere und Feige. Das sind die bekannten Farben. So, jetzt sortiere ich mir das gleich mal hier so hin. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Das sind die Neutralfarben. In die Neutralfarben wurde ein Rotton, nämlich Melo-Rot, aufgenommen. Weil der halt sehr erdig ist. Deswegen ist er in die Neutralfarben reingegangen. So sieht er aus. Das ist Melo-Rot. Das ist ein sehr edles, ja, Bordeaux-Rot, anmutendes Rot. Finde ich sehr, sehr schick. Dann haben wir altbekannt Espresso. Wildleder. Savanne. Ich ziehe das mal ein bisschen nach oben. So. Savanne, Saharasand. Neu ist Granit. Schiefergrau und Anthrazit. Und ich lege euch das mal nebeneinander. Da sieht man, dass das Granit mehr so in diese Steinfarbe tatsächlich reingeht. Anthrazit-Grau ist sehr dunkel. Schiefergrau ist sehr hell. Und das ist eigentlich so ein Zwischenton. Ich lege das mal dazwischen. Ich denke mal, das wird neben Savanne eine sehr, sehr schöne Basisfarbe werden. Granit, Schiefer, Anthrazit. Ähm, dann haben wir Waldmoos. Waldmoos ist der Grünton aus den Inkolor, der wieder zurückkommt. Und wir haben zu guter Letzt noch Marineblau. Das sind die Erdtöne und ich, oder die Neutralfarben. Ähm, es ist halt sehr erdig und ich finde, es passt sehr gut zusammen. Auch, dass das Melo-Rot jetzt da mit reingenommen wurde. So, dann kommen wir zu den Signalfarben. Das geht los, äh, mit Blutorange. Blutorange muss irgendwie aus 2014, 2013 sein, weil die kenne ich nicht. Ich habe als Demonstratorin ja 2015 angefangen und da gab es die Farbe Blutorange nicht. Das heißt, die muss noch älter sein. Das ist ein schöner, heller Rotton. Sehr, sehr hübsch. Dann bleibt Wassermelone. Flamingo-Rot, äh, sind, kommt aus den jetzt auslaufenden Inkolor-Farben und ist hier jetzt wieder neu mit aufgenommen worden als Stammfarbe in die Signalfarben. Dann haben wir Mango-Gold neu. Das ist so ein, äh, tja, das ist tatsächlich Mango-Gold. Das sieht echt aus wie eine Mango. Kann ich gar nicht anders beschreiben. Äh, Osterglocke, altbekannt. Und grüner Apfel. Ich finde, das ist eine Knallerfarbe. Das ist nicht so hell wie Limette, aber eben auch kein dunkler Grünton. Das sieht aus wie ein grüner Apfel. Ganz tolle Sommerfarbe. Jade ist wieder da. Ähm, Jade ist so ein Zwischending aus, ich würde mal sagen, Aquamarine und Minz-Macrone. Eine, eine Nuance mehr ins Grün rein. Jade, ähm, war, gehörte zu den Inkolor 2013 bis 15, weil als ich angefangen habe, lief Jade gerade aus. Was ich sehr schade fand. Ich fand die Farbe nämlich damals sehr schön. Und da ist sie wieder. Bermuda Blau bleibt natürlich da, Pacific Blau bleibt da und Amethyst ist ein neuer Farbton, ein schöner, satter, lila Ton. Sehr schön. Und auch hier sieht das so richtig schön nach Regenbogen aus. So mögen wir das. So. Mh, dann kommen wir zu den, na, komm mal her, Pastelfarben. Kirschblüte bleibt uns erhalten, genauso wie Kalypso. Neu ist Blütenrosa. Zartrosa ist ja rausgegangen und Blütenrosa, finde ich, geht ein bisschen mehr in den Rotton rein. Ist nicht ganz so hell. Finde ich aber sehr, sehr schön, eben gerade für Blüten. Hier sieht man auch nochmal, ich halte die beiden, oder ich halte die dreimal eben nebeneinander. Hier ist Kirschblüte und Blütenrosa. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. So, dann haben, na, wirst du das wohl sein lassen. Dann haben wir Safranengelb, was uns erhalten bleibt. Und dann kommt eine Farbe, die wird mit Sicherheit ein Knaller. Oder die ist ein Knaller. Das ist Lindgrün. Das ist ein ganz, ganz sanfter, heller Grünton. Finde ich sehr, sehr schön. Dann kommt Farngrün. Minz Makrone, die wieder zurückgekommen ist. Aquamarine. Das ist das Babyblau. Das Himmelblau ist einen ganzen Ticken heller gewesen. Aber das Babyblau ist auch wirklich, wirklich schön. Ist so ein Zwischending, finde ich, zwischen Ozeanblau und Himmelblau. Und von daher ist es schön, dass das mit reingenommen ist. Und das letzte ist Heidel, nee, Heide, Heideblüte. Das heißt, ein sanfter, äh, lila Ton. Auch sehr, sehr schön. Und da haben wir diese Regenbogenpalette aus den Pastellfarben. So, und zu guter Letzt, einmal die Prachtfarben. Glutrot kennen wir, bleibt uns erhalten. Chili kennen wir auch, bleibt uns erhalten. Ebenso Terrakotta, Kürbsgelb, Currygelb, Olivgrün, Gartengrün. Ein neuer Grünton kommt dazu, nämlich Tannengrün. Das ist so ein bisschen dunkler. Der hat aber zum Beispiel nichts mit dem jetzt auslaufenden Smaragdgrün zu tun. Von daher, wirklich ein anderer Ton. Auch Waldmoos, ähm, sieht anders aus. Meeresgrün sieht auch nochmal anders aus. Hier ist es, yay, Brombeermousse. Und als letztes, äh, Himbeerrot. Und es wurde ja immer gesagt, Himbeerrot sieht so ähnlich aus wie Brombeermousse. Guckt euch das mal an, das ist nicht ähnlich. Brombeermousse ist so toll. Das ist so ein dunkler, ich fange an zu schwärmen, echt toll. Was auch schön ist, ähm, im neuen Katalog wird es auch Designpapier geben, wo auch Brombeermousse mit drin ist. Wenn ich es richtig gesehen habe, sind das zwei Sets, wo Brombeermousse mit drin ist. Äh, musste ich gleich nachgucken. So, das war die letzte große Familie, nämlich die Prachtfarben. Und zu guter Letzt haben wir hier die drei Basisfarben mit Weiß, Flüsterweiß, äh, Vanille Pur und Schwarz. Und wenn ich den jetzt mal wieder zusammenbaue, wo ist meine Schraube, da, ich setze den mal eben wieder zusammen. Ich finde das auch ganz praktisch mit der Schraube. Normalerweise würde ich ja, oder ich hätte jetzt einen, einen Buchring genommen. Aber, ähm, der steht immer so weit über. Und von daher finde ich das mit diesen Schrauben eigentlich total prima. So, anziehen mache ich nachher. Und so kann ich mir meinen Farbfächer auffächern, wie ich ihn haben möchte. Oder auch wegschmeißen. Okay, meine Lieben, ähm, das waren die, das war zum Thema Farberneuerung. Wie gesagt, ähm, ihr findet auf meiner Homepage etwas und auch diese Farbskalen nochmal zum Runterladen findet ihr ebenso auf meiner Homepage. Ich, äh, freue mich wirklich sehr über diese Farberneuerung. Die Farben, die rausgehen bis auf Petrol, trauere ich nicht so wirklich nach. Ist alles gut. Äh, teilweise haben wir einen ganz tollen Ersatz dafür erhalten. Und teilweise kann man das auch gut verschmerzen. Ähm, eine Sache möchte ich euch in diesem Zusammenhang noch erzählen. Nämlich, jetzt muss ich gerade mal schauen, wo ich es gelassen habe. Gefunden. Ähm, hier habe ich jetzt gerade Minz, äh, Minz, äh, Minz, äh, Makrone erwischt. Es wird, ähm, neue Stempelkissen geben. Ähm, grundsätzlich kommen ja neue Stempelkissen, neue Farben, bedeutet neue Stempelkissen. Aber diese Stempelkissen, äh, sind tatsächlich komplett neu. Und zwar, nehme ich mir mal, greite ich mir mal eben ein anderes. Das sind die alten Stempelkissen, das sind die neuen Stempelkissen. Wie ihr seht, sind sie ein kleines bisschen, also wenn ich die jetzt nebeneinander halte, sind das vielleicht 5 mm breiter. Sie sind schlanker, haben diese Griffmulde hier nicht mehr. Und, eigentlich der Hauptteil, wenn man die jetzigen Stempelkissen stapeln wollte, dann war das nur bedingt möglich. Zwei übereinander gehen, beim dritten fängt das schon leicht an zu kippeln. Ja, geht auch noch. Also irgendwann hört's auf und der Turm fällt um. Diese hier, ich hab jetzt leider nur das eine, ähm, diese hier sind stapelbar. Und zwar einerseits sind sie oben ganz glatt, wie man das hier sieht. Die haben eine ganz leichte Wölbung und sie haben hier so kleine Pünktchen und auf der Rückseite, also hier sind kleine Vertiefungen und auf der Rückseite sind kleine Pünktchen. Und das macht die Stempelkissen stapelbar. Das ist die eine, also neben den Maßen, dass sie halt schlanker geworden sind und hier etwas breiter, sind das hier zum Stapeln ein, sag ich mal, herausragendes neues Kennzeichen der Stempelkissen. Und die Öffnung ist anders. Bei diesen hier musste man das nach hinten schieben, ein Stückchen und dann aufklappen. Und genau bei diesem nach hinten schieben, manchmal geht das, oder am Anfang geht das noch sehr schwer, äh, sind der ein oder anderen Bastlerin diese Stempelkissen einmal so, hui, über den Tisch geflutscht. Habe ich auch schon gehabt. Ähm, das ist verändert worden zum Stempeln ab und zwar klappt man die jetzt auf. Hier ist eine kleine Griffmulde drin. Hier kann man sie aufklappen. Und ansonsten bleibt die Technik, wie sie vorher auch war. Man klappt sie auf und schiebt sie dann rüber, so, dass es, äh, weiterhin gegeben ist, dass das Stempelkissen immer nach unten liegt und die Farbe immer oben am Stempelkissen ist. Auch hier ist eine kleine Griffmulde erhalten geblieben. Man klappt das wieder um, fertig. Man braucht nicht nochmal nachdrücken. Eine kleine Besonderheit gibt es noch. Und zwar, ähm, jetzt muss ich gerade mal eben schauen. Auch, äh, wie bei den alten Kissen auch, sind hinten Aufkleber drauf. Das heißt, ein Aufkleber ist für vorne gedacht. Da steht dann... Der, uh, na, komm her. Ein bisschen fummelig. So. Da steht dann, äh, der Farbname drauf. Und, das ist dann in Englisch, Französisch, Deutsch und Japanisch. Und es ist ein Streifen, der ist Blanco. Den nehme ich hier jetzt auch mal ab. Vielleicht kann sich der eine oder die andere an mein Max 5 Tipp erinnern. Dass ich, äh, ein so ein Ding hinten immer genommen habe, die Ecken abgeschnitten habe und hier reingeklebt habe. Einen Moment, ich zeige euch das hier. Äh, damit ich nicht durcheinander bekomme, um welche Farbe es sich jetzt gerade handelt. Das hat Stampin' Up mit aufgenommen bei der Farberneuerung. Hat einen Blanko-Streifen gemacht. Und dieser Blanko-Streifen passt hier in genau rein. Den lege ich da jetzt mal rein. So. Ähm. Und drücke den mal eben ein bisschen an. So. Und damit habe ich über die gesamte Fläche die Farbe, mit der ich gerade stempel. Und brauche nicht immer das, äh, umzudrehen, wo bin ich denn gerade. Weil gerade dunkle Farben sehen natürlich alle sehr ähnlich aus. So werden die neuen, ähm, Stempelkissen aussehen. Zur, äh, zu den Nachfüllern gibt es ebenso eine Neuerung. Ähm. Hat aber keine Auswirkungen irgendwie. Äh, es ist ein kleiner Zusatz zu den Nachfüllern gekommen. Äh, gerade bei den helleren Farben schlagen die, ähm, klickt die Farbe ja mal ab und zu mal ein bisschen Bläschen. Um diese Bläschen zu verhindern, hat man einen Zusatz, ähm, in die Nachfülltinte mit reingegeben. Ähm. Kann aber, zumindest so wie uns bisher gesagt wurde, ganz normal auch mit den alten Stempelkissen verwendet werden. Ihr müsst euch also jetzt nicht komplett neu mit Nachfüllern eindecken. Das tut überhaupt nicht Not. Das wollte ich euch unbedingt noch vorstellen. Und, ähm, ja, äh, ach, übrigens, ich habe ja schon, ähm, gerade eben mein Video hochgeladen mit der Auslaufliste. Unglücklicherweise ist der Colour Caddy ja auch dabei. Es wird aber eine andere Lösung von Stampin' Up geben, wurde uns gesagt, beim Onstage, beziehungsweise beim Center Stage. Ähm. Ähm, diese Stempelkissen, die neuen Stempelkissen passen aber in den Colour Coach. Und zwar, ich probiere das jetzt gerade mal eben an der Seite bei mir aus. Das habe ich noch gar nicht. Dadurch, okay, okay. Dadurch, dass sie etwas breiter sind, das macht gar nichts, das fällt nicht auf. Aber dadurch, dass sie schlanker sind, äh, sind sie ein kleines bisschen wackeliger in dem Colour Coach drin. Werden aber trotzdem gut gehalten, aber irgendwie Karussell fahren damit würde ich nicht, dann fliegen die da raus. Aber wer macht das schon? Man kann sie auch problemlos rausnehmen. Guck nochmal eben, wie das ist, wenn da welche drüber liegen. Ja. Ähm, wenn die im Stapel sind bei den Stempelkissen hier, hat man gerne hier unten an die Nase gepasst. Hier ist es einfacher, wenn man an die Seite fasst und es so aus dem Colour Caddy dann rauszieht. Kein Problem, die passen also auch in eure vorhandenen Colour Caddies rein. Okay, meine Lieben. Soviel zum Thema Farbaufrischung. Ein, ähm, Video zu den, äh, im Rahmen der Infothek kommt jetzt noch. Und dann ist Schluss mit Infothek. Dann kommen wieder Projekte und auch neue Projekte. Äh, ich werde euch nämlich noch ein kurzes Video zeigen mit den Dingen, äh, die wir beim, äh, Onstage von Stampin' Up geschenkt bekommen haben. Da sind nämlich auch schon neue Stempelsets drin und die würde ich euch gerne zeigen. Okay, und bis dahin würde ich sagen, äh, warten wir das jetzt mal ab. Und, äh, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.